Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute, wie du die Google Chrome Konsole bzw. die Developer Tools richtig nutzen kannst im Webdesign, damit die Webseiten für dich teils besser werden bzw. welche Tipps ich dir da mitgeben kann, auf was man achten sollte und es ist auch mal so eine kurze Einführung. Um die Entwicklertools aufzurufen bzw. mit denen wir arbeiten, klicken wir auf Rechtsklick bei einer Webseite und gehen auf Inspect. Dabei ist es wichtig, dass wir uns gewisse Themen anschauen können bzw. auch was wir denn hier drinnen alles mitbekommen werden. Ich werde da Step by Step durchgehen, die Dinge, die ich aus meiner Sicht wichtig finde, damit du einfach in der Zukunft für die Projekte, die du nutzt, das einfach gut nutzen kannst. Zuallererst kann sein, dass du es rechts oder linke Hand hast. Das heißt, du kannst es immer auf verschiedene Formen anzeigen lassen, von links nach rechts. Und wenn du das nicht möchtest, dann kannst du das auch immer wieder umschalten. Dazu gehst du einfach immer auf diese drei Punkte. Hier sind sie jetzt rechts oben und gibst dir das dann nach oben. Oder du kannst es eben auch Side by Side machen. Das heißt, du kannst das auch in einem neuen Tab machen oder eben an den unteren Teil des Browsers. Ich finde es am unteren Teil des Browsers immer am angenehmsten und möchte dir jetzt auch hier so ein paar Themen zeigen. Im Normalfall wird dir das wahrscheinlich so angezeigt werden. Das Erste, was ich immer nutze, ist den Responsive-Modus. Den kannst du hier links unten aktivieren. Und dadurch eröffnet sich so ein Responsive-Modus, wo du grundsätzlich das Bild hin und her ziehen kannst und du siehst auch auf verschiedenen Größen, was sich denn tut. Das heißt, wir können das so weit runterziehen und sehen, wo sind die Breakpoints beziehungsweise, okay, wie funktioniert das. Und hier oben sehen wir auch immer die Pixel. Das heißt, wann bricht das zum Beispiel hier bei 700 und dann wird das Ganze kleiner und kleiner und kleiner und wir haben eine Ahnung davon, okay, was hier überhaupt passiert. Das heißt, das ist das Erste. Hier hat man auch vordefinierte Größen. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir uns das auf dem iPhone XR anschauen wollen, können wir das tun. Oder eben auch auf anderen. Das kannst du hier editieren und dann wird dir hier vorgeschlagen, die ganzen Devices und du kannst auch Custom-Devices hinzufügen. Was ganz spannend ist, eben mit der Größe. Das heißt, ich nenne das zum Beispiel jetzt mal YouTube-Tutorial und sage hier jetzt zum Beispiel, das soll jetzt immer 1800 mal 1000 sein und kann das hinzufügen. Das heißt, das kann ich hier dann oben auch immer YouTube-Tutorial kann ich hier auch auswählen, wenn ich eben oftmals Größen habe, die ich vielleicht überprüfen möchte. Das ist wirklich schon extrem wertvoll, weil dann musst du auch nicht immer aufs Handy gehen. Ich würde dir natürlich zusätzlich nochmal empfehlen, auch immer vielleicht, wenn du ein Handy an der Hand hast oder ein iPad oder etwas anderes, dass du das zusätzlich natürlich auch nutzt. Aber es ist ja viel einfacher, wenn man sich da die Größen einstrengst. Und wenn du irgendein besonderes Video hast und ein Kunde von dir sagt, hey, bei mir schaut das total anders aus auf meinem Screen oder bei einem Samsung Galaxy S, dann kannst du dir anschauen, woran liegt das beziehungsweise wo ist das Problem. Dann gibst du einen Samsung Galaxy S-Dimensionen und kannst es da direkt eintragen, wenn es da nicht eh schon zum Beispiel Galaxy S irgendetwas gibt. Das heißt, das sind einmal die Möglichkeiten. Was wir damit nämlich dann machen können, ist auch, dass wir hier Screenshots rausmachen können. Das heißt, wir können mit Shift-Command-P, das wird wahrscheinlich Steuerung-Command-P oder Shift-Steuerung-P im Windows sein. Da kannst du die Konsole sozusagen öffnen und kannst was laufen lassen. Und da ist es oft so, dass ich einen Screenshot mir mache. Das heißt, ich kann einen Full-Side-Screenshot machen, einen kompletten Screenshot machen oder eben nur von dem Ganzen ein Stück. Das sieht dann zum Beispiel jetzt so aus. Das heißt, das ist der Screenshot, den ich gemacht habe. Kann ich ganz gut weiterverwenden für Referenzen oder auch andere Themen. Hat mir mal ein netter Kollege empfohlen. Vielleicht schaut er das Video, dann weiß er Bescheid. Als nächsten Punkt haben wir natürlich verschiedene Kategorien hier oben, die eingeteilt sind beziehungsweise auch verschiedene Reiter sozusagen, auf die wir eingehen können. Ich werde hier nicht auf alle eingehen, aber die wichtigsten werde ich dir mal vorab sagen. Das heißt, wenn wir von hinten nach vorne gehen, also die Performance-Insights, hier können wir auch im Lighthouse-Tab können wir auf jeden Fall einen Performance-Check machen, also eigentlich im Endeffekt einen Google-Page-Speed-Check. Und den können wir auch hier nach Kategorien filtern, das heißt, ob Performance, Accessibility, Best Practices, SEO und auch Progressive Web-App, also PWA oder eben auch andere Themen. Das heißt, hier sehen wir jetzt, okay, das passt eigentlich alles so ganz gut. Hier ist Accessibility, Best Practices und passt eigentlich alles wunderbar. Das heißt, hier haben wir mal alles in Ordnung und können das auch immer hier testen. Das kann man natürlich auch direkt über den Page-Speed machen. Ist ja manchmal ganz spannend, wenn man da schon drin ist, kann man das machen. Grundsätzlich können wir uns dann noch anschauen, ob die Security passt, dass es im Endeffekt einfach das HTTPS-Zertifikat bzw. einfach das SSL-Zertifikat aktiviert ist, dass auch eine valide HTTPS-Verbindung hergestellt wird. Und dann können wir uns noch weitere Dinge anschauen. Und hier wird es jetzt spannend für das Designen. Das heißt, wenn wir gewisse Themen designen wollen, können wir uns hier anschauen. Hier steht nämlich das, was wir im Normalfall immer kennen. Ich mache das jetzt mal größer. Hier sehen wir jetzt nämlich die ganzen Elemente drinnen, zum Beispiel auf meiner Webseite mit Elementor gebaut, wie die benannt sind bzw. was da getan ist. Das heißt, ich kann in den Sources zwei Dinge feststellen. Einerseits kann ich feststellen, welcher Theme geladen wird und welche Plugins vielleicht auch geladen werden. Und bei den Elementen ist aber das, was direkt gezeigt wird bzw. die Elemente, die auch direkt geladen werden. Das heißt, ich kann dann auch hier oben draufklicken bzw. schauen, welches Element ich denn da überhaupt auswählen will. Im Normalfall ist es nämlich immer so, wenn du das mal kurz wegnimmst und dann hier zum Beispiel die Überschrift hier nimmst und auf Inspect klickst, mit Rechtsklick und dann auf Inspect, siehst du hier, okay, das ist eine H1 Elementor Heading und die wird dann auch hier geladen. Das heißt, hier sehen wir, dass gewisse Schriftarten, Schriftzüge usw. definiert sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier rechts in der Konsole nicht 4 RAM reingebe, sondern 8 RAM, sehen wir, dass das auf einmal höher ist. Ist auch spannend, weil jetzt können wir sozusagen die Webseite hier auch schon designen. HTML ist ja der Klassiker, mit was wir das machen können. Und das ist jetzt sozusagen HTML in der Form, dass wir hier die Klasse sehen und auch den HTML Tag. Und hier rechts sehen wir dann die CSS Aufmachungen. Ich kann auch die Font Family zum Beispiel mal rausnehmen, die Farbe mal rausnehmen und kann zum Beispiel auch schauen, was habe ich hier zum Beispiel in allgemeinen Farben drinnen und kann hier auch eine andere reingeben. Das heißt, ich kann auch diese ganzen Elemente hier auch mal designen und dann vielleicht auch nachträglich als CSS hinterlegen. Das ist das, was ich oft mache. Das heißt, ich suche mir ein, ich werde das jetzt nochmal neu laden, damit er wieder die richtigen Sachen drinnen hat und kann mir zum Beispiel überlegen, okay, das gefällt mir nicht ganz. Ich würde vielleicht lieber eine Font-Dicke von 800 machen. Wie schaut das vielleicht bei der Schrift aus? Oder 900 und so kann ich das mal durchtesten und dann hinterlegen. Was ich nämlich da noch machen könnte, ist, dass ich hier auch den Code kopieren könnte und mit dem richtigen Code, beziehungsweise mit dem richtigen CSS-Code, könnte ich das dann im System hinterlegen. Unterkasten CSS oder etwas anderem. Das heißt, damit arbeite ich oft, wenn irgendwie Probleme entstehen, weil somit sehe ich dann auch, was zum Beispiel geladen wird. Wenn ich hier irgendwo nämlich vielleicht irgendwelche Klassen drinnen habe, die ich nicht zuordnen kann, oftmals sind Klassen hinterlegt vielleicht, bei Elementor ist es nicht das Problem, aber irgendwo, dass irgendetwas nicht richtig ist, dann weiß ich, dass da ein Problem vorhanden ist und das vielleicht mit dieser Klasse zusammenhängt. Das ist das, was wir hier machen können. Das heißt, hier werden alle Dinge geladen. Hier können wir auf Computed gehen. Da sehen wir nämlich auch, okay, wie schaut das dann sozusagen im Gesamten aus, also sprich, wie schaut das Margin, Padding aus, wie schaut das Padding auf der Größe aus, wo ist das Problem, wie ist die Farbe und so weiter und so fort. Das heißt, das sind diese ganzen HTML und auch klassischen Web-Themen und auch Web-Strukturen, die ich hier nachvollziehen kann und mir auch anschauen kann. Dazu passend als nächsten Punkt haben wir nämlich auch, und das ist fast eigentlich immer spannender, ist, dass wenn wir Fehler haben, dass die mir hier auch angezeigt werden. Das heißt, hier werden jetzt keine Issues gezeigt. Ich schaue jetzt nochmal auf eine neue Lade. Leider nicht. Aber im Normalfall werden mir sonst auch Fehler angezeigt. Die sieht man auch relativ schnell, wenn man irgendwie auf irgendeiner Webseite ist, die wird dann meist hier rechts angezeigt, dass irgendetwas zum Beispiel nicht richtig lädt. Ich kann jetzt nochmal ein bisschen herumklicken da oben. Vielleicht kommt noch irgendwo ein Fehler, den ich nicht sehe, aber derzeit ist kein Fehler. Wir können dann mal auf eine andere Webseite gehen und uns das kurz anschauen. Genau, ich bin jetzt mal auf Apple.at gegangen. Hier schaue ich mir dann einfach an. Okay, da sagt er mir zum Beispiel, dass Third-Party-Cookies nicht geblockt werden. Das ist kein direkter Fehler, aber eine Warnung. Und hier ist auch noch ein Issue, das gefunden wurde. Ein Feldname von einem Formular ist irgendwie nicht richtig definiert. Das heißt sogar, Apple macht Fehler. Was für ein Wunder. Aber hier würde man, genau, mit dieser Bezeichnung hier rechts würde man eben sehen, ob da Fehler sind, Warnungen oder eben auch Dinge, die man vielleicht verbessern sollte. Als nächstes, beziehungsweise im nächsten Tab unter den Sources, das ist dann fast spannender. Dazu werde ich wieder zurück auf meine Seite gehen, denn hier sehe ich im Speziellen, was von meiner Domain geladen wird. Das heißt, callbomedia.com und hier wird dann zum Beispiel WP-Content, sieht man, was ich alles im Einsatz habe. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein Plugin, was wir selber geschrieben haben. Press-to-Player habe ich noch im Einsatz. Das ist für Videos. Dann habe ich hier noch Hcapture, Elementor und Borelabs Cookie. Das heißt, hier kann man relativ gut nachvollziehen, was denn geladen wird. Ich habe auch ebenfalls Hello Elementor und davor ein Callbomedia-Theme, was im Endeffekt nur ein Child-Theme ist von Hello Elementor. Und ich sehe auch in den Uploads drinnen, was denn abgeloadet wurde. Das heißt, hier kann ich im Speziellen reinschauen, welche Vorschau-Bilder etc. denn da geladen wurden. Das heißt, hier sind im Endeffekt kompakt die Daten drinnen von meiner Webseite, die geladen wurden. Und hier darf man sich auch nicht wundern, dass hier unten One Password Manager und Web Analyzer ist eben nur bei mir direkt installiert. Hier ist es nämlich spannend, ob man auch externe Dinge sieht, die geladen werden, wie zum Beispiel Google Analytics und Co. Da können wir gerne nochmal zurückhüpfen auf Apple und hier mal in die Sources reinschauen. Und hier sieht man, dass zum Beispiel auch Apple eben Metrics und etwas anderes nutzt. Das heißt, diese zwei Dinge hier oben sind meine Google Chrome, also sind Chrome Extensions, die ich nutze. Da muss man immer vorsichtig sein. Aber da sehe ich auch relativ gut, ob eine Webseite vielleicht irgendwelche externe Daten laden. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel auch sehen Google Fonts. Das heißt, ich würde sehen, was wird überhaupt geladen, welche externe Sachen werden geladen und die landen eigentlich alle da drinnen. Das kann ich dann noch in einer zweiten Form, das zeige ich dann nachher auch nochmal, im Application Tab machen, weil dort sehe ich dann auch nochmal die Cookies, die gesetzt werden und hier würde ich auch nochmal einen Domain-Pfad sehen, der vielleicht extern ist und eben nicht aus meiner Domain kommt, was dann eben oftmals Google und Co. ist. Werde ich euch dann noch ein Beispiel zeigen. Aber wie gesagt, das würde ich eben in den Sources sehen und ist einfach nur spannend, um zu schauen und auch für dich selbst zu überprüfen, ob vielleicht etwas stattfindet oder auch nicht. Hier kriege ich jetzt zum Beispiel auch einen Error, den wir vorher erwähnt haben. Das ist aber etwas anderes, denn das ist einfach nur eine, das hat jetzt nichts mit meiner Webseite zu tun, sondern ist jetzt eine Sache, weil ich so herumgeklickt habe. Genau, im Netzwerk, das ist auch spannend, hier sehe ich einfach, was denn geladen wird. Das heißt, hier kann ich auch den Cache disablen, das ist wichtig, weil damit sehe ich, was denn wird überhaupt geladen beziehungsweise wie lang dauert das Ganze und hier sehe ich im Endeffekt, wie lang benötigt er, was zu laden. Das heißt, wie auch ein Waterfall-Prinzip dann stattfindet hier hinten und ich sehe, okay, das Skript, was hat das für einen Status, was ist das für ein Dokument, könnte das auch nach Größe ordnen und dann sagen, okay, hier unten ist das Größte, was geladen wird, ist dieses School.com-Review. Wie lang brauche ich dafür? Das sind so circa 25 Millisekunden, das ist völlig in Ordnung und genau, schauen wir dann einfach an, was ist auch zum Beispiel das, was er am meisten braucht zum Laden und an das könnte ich mich dann auch dransetzen beziehungsweise auch könnte ich mir überlegen, genau, wie ich das reduzieren kann, damit der Page Speed verbessert wird. Das heißt, das geht schon in die Tiefe und dann auch noch am Ende des Tages eben das Application-Feld. Das ist das, was ich oftmals nutze, so nutze ich, das ist das, was ich auch meistens als Webdesigner nutze, ist, dass ich eben bei den Cookies hier auch nochmal auf die, auf die, auf Call-by-Media gehe und mir anschaue, welche Cookies hier gesetzt werden. Das heißt, das ist alles von der Domain, aber hier sehe ich zum Beispiel, okay, hier gibt es ein Ball-Labs-Cookie, das gesetzt wird, ein Intercom-Session, ein WP-Settings und WP-Settings-Time. Das heißt, das sind funktionale Settings. Wenn wir da jetzt auf andere Seiten gehen, wie zum Beispiel, hier bin ich jetzt zum Beispiel mal bei T3N, hier können wir das auch ganz cool nachvollziehen, was denn da geladen wird. Hier sieht man auch, dass einiges anderes geladen wird. Danach gehe ich auf Zustimmen und dann landet da auch in den Sources, wie ihr seht, noch einiges anderes. Das heißt auch Google Ads und so weiter und so fort. Das heißt, hier könnte man auch nachvollziehen, was jemand nutzt. Hier sieht man auch genug, was sonst noch passiert. Genau, zusätzlich, wenn ich jetzt da eben auf Application gehe, sehe ich unter den Cookies, dass da eben nicht nur von T3N-Domain-Cookies drinnen liegen, sondern auch von Google.com, von anderen Themen, PubMatic und so weiter und so fort. Und da wird es dann eben schwierig oder kritisch auch im DSGVO-Bereich. Das heißt, hier darauf achten, was denn im Application-Feld drinnen ist, beziehungsweise welche Cookies hier auch geladen werden, in welcher Form, warum. Ihr könnt dann auch eben in die Details dann auch nochmal runter reingehen, was da genau geladen wird. Im Endeffekt ist das auch sehr schwierig, dann nachzuvollziehen von Dingen, die man gar nicht kennt, aber man könnte sich darauf natürlich ein bisschen einschießen und natürlich auch in den Sources. Ja, ich hoffe, das hat dir gezeigt, was ich so mit der Google-Konsole, also der Developer-Konsole eigentlich immer anstelle beziehungsweise mache. Die sind natürlich extrem hilfreich, deswegen arbeite ich auch fast nur mit Google Chrome, auch wenn ich auf einem Mac arbeite, beziehungsweise auf einem Mac-System bin oder einem Apple-System, ist es trotzdem so für mich, dass Google Chrome kaum wegzudenken ist und das sind eigentlich diese Themen, wo ich immer reinschaue beziehungsweise die ich auch benötige. Das sollte aus meiner Sicht auch jeder, der sich mit Webseiten beschäftigt, auch wirklich mal zu Herzen nehmen und da mal reinschauen, gerade für dich, wenn du jetzt beginnst oder noch keine Ahnung davon hattest oder auch die Konsole nie verwendet hast, vielleicht hat dir das jetzt eher den einen oder anderen Tipp eben mitgegeben, wie du das nutzen kannst, in welcher Form, was du findest und kannst dann auch nochmal gerne im Video das dir anschauen. Ich hoffe, du hast heute einiges mitnehmen können, lass mich gerne auch in den Kommentaren wissen, was dich vielleicht noch an weiteren Themen interessiert, auch kann auch jetzt zu der Developer-Konsole sein oder auch zu CSS und HTML oder auch zum Webdesign-Thema. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Entwickeln, vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, sodass du jederzeit ein Video bekommst, sobald ich eins hochlade und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020